Peter Deutschland produziert heute hier vor der Berlin Fashion Week gegen die Ausbeutung von Tieren für die Modeindustrie. Jedes Jahr werden für die Modeindustrie Millionen von Tieren bei lebendigem Leibe gehäutet oder gerupft. Stellvertretend dafür stehen hier unsere drei Aktivistinnen als Kuh, Hase und Fuchs und fragen, in wessen Haut steckst du? Wir appellieren an Modedesigner, Modefirmen und auch Konsumenten, den Tieren ihren Pelz zu lassen. Peter ist nicht gegen Mode, im Gegenteil. Wir freuen uns über schickes Design und neue Innovationen, aber das bitte nicht auf Kosten der Tiere.